Im Wilden Westen, da lebten schon ein paar echte Pioniere. Schauen wir uns zum Beispiel so einen Cowboy-Hut an. Elegant, kleidsam und durchaus praktisch. Wer braucht schon einen Regenschirm, wenn er einen Cowboy-Hut hat? Unter so einem Hut spricht es sich auch leichter über so einige Neuerungen, die derzeit in der Westernstadt anstehen. Allen voran das neue Hotel. Eine mexikanische Hacienda mit 28 Zimmern, die anstelle des ehemaligen Fours entstanden ist. Für dieses Hotel haben sich die Verantwortlichen auch für einen neuen Energieträger entschieden. Erdgas. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit Flüssiggas, Heizöl, Pellets etc. Wir haben auch überlegt, ob wir mit Hackschnitzel arbeiten. Aber überall dieser Aufwand und diese Größenordnung, da ist Erdgas ohne Lagerhaltung, ohne riesen Personalkosten am besten zum Händeln für uns. Wir haben dann eben letztes Jahr schon angefangen, die 800 Meter kombiniert mit einem Stromprojekt, mit einer 20-KV-Verkabelung zu legen. Und haben dann dieses Jahr im Frühjahr wieder die Planungen für das letzte Stück aufgenommen. Und haben, das waren dann nochmal 830 Meter, und haben dann in Kombination mit der Gemeinde 150 Meter Wasserleitung noch mitverlegt und Leerrohr für ein Lichtwellenkabel. Eine besondere Herausforderung war dabei ein etwa 300 Meter langer Treibpfad, der normalerweise für die Bisons genutzt wird und unter dem nun große Teile der Gasleitung entlanglaufen. Unsere Bisonen laufen seit 16 Jahren immer den gleichen Weg. Jetzt haben wir mir einfach gesagt, wir müssen den Gästen die Bisonen bieten und haben einfach die Bisons Verkehrerseiten durch Main Street treiben müssen. Das war am Anfang ein bisschen ein Risiko, aber es hat geklappt. Da mussten wir uns natürlich auch mit der Westernstadt genauer abstimmen, wann die zeitlich die Bauarbeiten nicht gefährden. Nicht nur das rund 1,5 Millionen Euro teure Hotel hat damit nun aber einen Gasanschluss. Das sind mehrere Anschlüsse, das Blockreizkraftwerk, das Hotel, die Music Hall, also die Hauptküchen, dann die verschiedenen Restaurants. Wir haben ein weiteres Hotel in der Main Street, die alle dann mit Gerd aus Erdgas laufen, aber die werden nächstes Jahr erst angeschlossen. Das wird jetzt PHP über die Wintermonate, sofern es das Wetter zulässt, geschehen. Bayernwerk ist ja für uns schon immer ein verlässlicher Partner in der Gemeinde. Wir haben selber gemeindeeigene Projekte und Objekte, wo wir da das Erdgas beziehen über das Bayernwerk. Und da freut es uns natürlich, dass auch die Verantwortlichen von Pullman City jetzt, also ihr ganzes Areal, die Westernstadt mit Erdgas versorgen. Eine Win-Win-Situation also für alle Beteiligten. Denn geht es der Westernstadt gut, dann hat das auch für die Gemeinde einige Vorteile. Pullman City ist für uns ein großer Fremdenverkehrsmagnet und wir sind eine Tourismusgemeinde. Und wenn natürlich da Pullman City immer wieder investiert und immer wieder auf dem neuesten Stand ist, dann ist das sehr freilich für unsere Gemeinde. Wie gesagt, es waren schon immer praktisch denkende Menschen, diese Cowboys. In Eging am See steckt das an. Der Cowboy-Hut für alle Beteiligten hat deshalb am Ende nicht nur zum Wetter gepasst.